Moin Leute, Willkommen heute zu deiner weiteren Folge zur OMSI 2. Omnibus-Mailator. Willkommen zum ersten Video in diesem Jahr 2024. Ich hoffe ihr seid gut ins neue Jahr reingerutscht. Und wir werden heute mal zum Start nicht auf einer guten Karte fahren, sondern auf einer mittel guten... Bitte... Da seht ihr schon die Top-Malern-Bots zum Ruckabieb. Wir stehen hier mit einem Solaris-Bine 12. Ruhrt an. Ohne Sound-Mod und ohne Solaris-Logomod. Aber ist mir auch egal für eine Fahrt, ist es auch unnötig. So, was fahren wir denn heute auf... Was fahren wir denn heute für eine Linie auf dieser legendären Karte? Die 251 von Bottas Sabina Grafenwald Kirche. Ja. Sie wurde ja verändert vor ein, zwei Jahren. Und das ist halt... Ich bin ja mal die alte Version gefahren. Mit dem Neoplan, der ganz neu rauskam. Von Sabol. Da bin ich ja die alte Strecke noch gefahren. Und heute fahren wir mal die neue. Ja. Und das Sound-Mod geht da ein bisschen sehr scheiße ab. So 251. So 202. Sohne geht die nie sogar noch länger. Aber das ist glaube ich nur morgen schon. Vielleicht fahren wir so schön am Abend. Ja. Warten bei Kirche. Nachher geht auch scheiße ab. Das muss ich aber machen. So... Ja. So. 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 November 2017 Ja So ich sag her Trock mal der Bus hier im Hohelbiet Wir fahren uns komplett aus Scheiß hier So lass uns mal kurz direkt weg Weg von hier Ja und die Navigation am Start Seht ihr das leider nicht Aber es ist auch egal Ja und was ist mit dir falsch SB29 Ja Die Performance ist ludigend hier im Hohelbiet Das ist einfach super geil Ja 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 Die sind eigentlich noch gerade gefahren, obwohl, die sind ja immer die S-Bahn gefahren und dann war es auch nicht so lange hier. Das war ein Weihnachtsvideo, ne? Ich kann noch mal ein E-Ding anmachen. Der Bus passt super hier rein. Ja, stehe ich hier super. So, dann geht es jetzt los. Oh, halt die Schnauze um die Part. Nächste Halterstelle am Trapez. Der Bus hat sich beschissen. Zum Glück sehe ich niemanden auf all die Navigation. Das heißt, niemand fällt dieser Fahrt an. Das heißt, es ist ein Schnauze. Das ist ein Schnauze. Das ist ein Schnauze. Das ist ein Schnauze. Das ist ein Schnauze. Ein Stück trinken. Ich muss echt sagen, der Himmel sieht so schön aus. Die Vinge geht auch nicht so lange, 20 Minuten. Ich muss bestimmt, wenn die Ampel mal auf blühen schalten würde. Ich hab heute auch kein Thema. Mhm. Die Spiegel sehen ganz schön aus. Also geil, von Außenmodell hat der Christian Horde eigentlich eine sehr, sehr tolle Arbeit geleistet. Aber das Sound und das Dashboard ist halt okay. Ist halt realistisch bei der Bus. Aber die Bulls hat er auch in der Gegend bei uns. Die Soda-Bulls-Variante ist ja fliegt. Und es war ja heute perfettisch. Mit der scheiß Rieber sind. Was willst du? Da fahren wir jetzt immer noch nicht so gut. Das ist ja auch schon. Ich habe jetzt nicht mehr drauf. Ich habe hier Verringer bekommen, ich habe den ganzen Job nicht in der Mitte. für die 266, die jetzt auch zugefügt wurde. Die gab es ja 2017 auch schon seit Release, aber dann wurde sie wieder rausgenommen und dann wieder mit eingeprägt. Warum auch danach. Wenn wir keine Hobbys haben, oder wenn ich keine Hobbys habe, dann fahren wir auch mal lieber eine Linie hier nochmal ab. Ich frage mich, ob der Entwickler überhaupt noch was macht, weil seit zwei Jahren kam ja nichts mehr von ihm. Das ist ja, das war ja Düsseldorf 721. Ne, Fellberg, glaube ich. Oder Düsseldorf 721, ich weiß es nicht mehr so genau. Ich kann von beiden. Die wollten ja eigentlich noch für Düsseldorf diesen MAN ausbringen. Haben sie nie gemacht. Ja, vielleicht jetzt ja noch was. Verformte ist vielleicht besser oben. Ja. 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 Schön, die spannende Tanke. Kur, Kurfürsten, Bern 16 Berlin. Ich hörte aus ja die Sonder 277 und so. Die wurde ja auch 2019 verlängert. Nachdem sie ja nicht mehr zur Uriberg Wagensschule fährt, gehen wir mal nach Uriberg, beziehungsweise im Winter nur bis Feldhausen Bahnhof, aber in Omsi ist es nicht so umgesetzt. Gefällt der ganze Zeit nach Feldhausen Bahnhof. Wenn wir mal nach Uriberg-Akademie gehen. Obwohl es in der Heizigkeit nicht so hoch ist. Und jetzt fahren wir zu einer einfündigen Strecke hier. wo wir keine Bedeutung haben müssen. Komm mal Licht an. So 2,6 Minuten verspätet. Hier aber egal. Ich hab auch überlegt, was bei Düsseldorf wieder etwas zu zeigen. Und dann dachte ich nicht. Vielleicht irgendwann anders mal. Oder heute fahren wir mal. Nächste Haltestelle. Quadrat. Quadrat. Nächste Haltestelle. Hier fühlt man leicht ins Nichts. Hier fühlt man leicht ins Nichts. Hallo. Nächste Haltestelle. Owerbeckshof. Hier ist auch diese ehemalige 267 angefahren. Nach Überwartenstube. Also wir fahren jetzt auf. Über Riva-Warkens-Schule. Wir fahren jetzt auch über Riva-Warkens-Schule. Oder so zu sagen. Und da hatte ich ehem. Der Quadrat glaube ich war das. Bis Riva-Warkens-Schule fahren wir mit EDI 267. Und dann fahren wir mit 267 nach Schneider Straße. Und dann fahren wir noch ein kleines Stück durch den Grafenwald und dann zur Kirche. Die 268 wurde ja verlängert nach Zecha-Haniel. Nächste Haltestelle Marienhospital. Ich fahre nur in so einer 11-Minuten-Linie. Vielleicht muss ich mir noch mal eine Sache anschauen. Können Sie vielleicht das Licht anmachen? Ich sehe nichts. Das Licht ist aus. Können Sie bitte? Das hier. Sehr, sehr wahr, das Ding. Das ist kein Teddy. So bist du ja. So bist du ja. Das war eine 68 Reife über so eine 11-Minuten-Linie und jetzt wurde die halt schon deutlicher. Nächste Haltestelle Schubertstraße. Jetzt kommen wir wieder zur Hauptstraße. Position 267. Rechts geht's zum ZOB und links geht's nach Feldhausen, beziehungsweise nach Kiecheln. Nach Kiecheln. Brems. Brems. Brems! Brems! Backdrop-Denix ist hier da am Schwarz Das habe ich so vermisst, ne? Die Grenzeichen gibt es auch nicht Gibt es da andere Werber? Nächste Haltestelle, Nordfriedhof Nächste Haltestelle, Nordfriedhof Körner billig mit Opel Machkabeln mit dem Ausfahrt mit dem Mini-Corsa Nächste Haltestelle Nächste Haltestelle Nächste Haltestelle Fahre Ich bin ja Gapel-Kunde Also ich kenne mich super aus im Rugby, wie man merkt Nächste Haltestelle Ich komme zwar aus... Ich komme zwar nicht aus dem Rugby Ich bin ja Ich bin ja Ich bin ja Ich bin ja noch ein Ich bin ja noch ein Vorsichtiger Busfahrer Ich komme zwar nicht auf dem Rugby Aber ich kann das fahren Ich bin ja eins von einem Rösel Ich bin ja auch ein Ich bin ja noch ein Ich bin ja noch ein Das Trieber-System geht mir so auf den Sack Das Türchen nach vorn Gas Nächste Haltestelle Stadtweit Das ist schöne 80er Jahre Berlin-Spandau Und dann auch in Berlin-Spandau Oder aufgrund auch diesen schönen alten Doppeldecker der MG NL gefahren ist Und dann hat man das hier Ah ja Das haben wir verhalten Von sich ist ja auch 10 Jahre alt früher geworden Am 11. September Ist dann ein bisschen her Aber naja Aber das wird hier ein 261 fahren Gibt keine Ahnung Soll ich die lieber Backernstücke oder wo auch immer oder wo auch immer Ich habe keine Ahnung Soll ich die lieber Backernstücke Ich sehe hier eine Tanke Was ich mich eigentlich gefragt habe Ist Aber wo ist denn hier eine Schule Hier ist doch keine Schule Hier hat man für ein Haus als Backdrop genutzt Als Backdrop Hier sieht man hier die ganzen Backdrops Und wie viele Spandauer Gärtner Und hier ist nicht mal eine Schule Und hier ist nicht mal eine Schule Und soll hier irgendwo die Schule sein Oder was Hier so das Mini-Gelände Aber Na ja, war da weh Meine Güte Nächste Haltestelle Herzogstraße Und bei Jetzt kam einfach eine andere Ansagensprecher Die sagen, dass es in der Kirche auch eine Herzogstraße gibt Und ja Man hat sich wahrscheinlich Entschieden Welche Anzahl man nimmt Ah Backdrop Müsst du mal Backdrops hier ja machen Würde ich feuern Hat ja Gladbeck Hat ja vorher einen Cardemal bei Gladbeck immer Bei der 254 Ich glaube bei Gladbeck V6 Oder so Oder bei Gladbeck V5 Keine Ahnung Oder bei Gladbeck 2016 Keine Ahnung Spandampel mit Spandampel Mist Der Die der Zaung Macht grün Hier stehen auch heute nur eine Hochampel Das ergibt Heute nicht die Folge nicht 20 Minuten sondern 30 Nur 35 Keine Ahnung Hallo Die nächste Folge wird aber wieder Diesmal verbreit sein Das heißt Also wieder Schönerer Sache Nächste Haltestelle Stenkhofstraße Die SP16 Fährt ja auch mal Von Von Bordtrop nach Kirchellen Im 60. Mittempel Da ist auch die Autobahnpolizei Wo auch Wo haben Eve was Was dun Ah, hier ist ja mal was vorhanden. Ich feiere das so, diese Wuppe. Dann bist du doch was Benares, das ist hier auch. Die Wuppe. Ach, wir waren gar nicht mit, aber hier will jemand fahren. Die Tür streit mal wieder. Oh, das war jetzt nur bei der Endwatch. Vorher halte ich hier nicht an. Scheiße, bis dahin ist Halsstippe. Oh, das war jetzt nur bei der Endwatch. Sonst streikt die Tür weiter. Nächste Haltestelle, Rolandstraße. Der ist auch schön stark. Nein, die sind doch wieder rüber. Nächste Halsstippe. Entschuldigung, der kommt auf den Anzeig. Warte und enden. Wir schaffen die Antifahrung nicht. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Das ist an der Schlange. Jetzt sagen wir hier wieder Millionen Jahre. Ich habe stehen liebungen, das ist und ich principen mir geht. Seiden Es war aber relativ sehr, sehr viel klar auseinander, seit der Stelle 25 Minuten. Oh, hey. Oh, hey. Nächste Haltestelle, Forsthaus Specht. Frachtung, Forsthaus Specht auf A30, auf der A30. Oh Gott, aufpassen. Ich kann wieder eins nicht drücken. Hier ist ein kleiner Bus, 85. Nächste, Nächste, Perlmutter in der Langenstunde, nachdem ich schon wieder aussehen habe. Nächste, Nächste, Nächste Nächste, Nächste Nächste, Nächste Nein, nein, nein! Nein, 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 nein. Ich kann nicht mehr, dass die Taksik noch sein wird. Wow. Die Nummer Fressa Nächste Haltestelle, Hegestraße, Boottruppestraße. Spawnen wir uns erstmal irgendwo in der Nähe hin. Spawnen. Spawnen geht dieser Fall 40 Minuten, beinahe 20 Minuten in die Nähe. Spawnen. Uh ... Uh ... Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020